Begrüße den Ruhentempel. Hallo Ruhentempel. Ruhentempel erste Etage. Okay. Ja jetzt werden wir aber erst mal Fertigkeitskarten. Ähm. Wartet mal. Jobkarte. Können wir das jetzt freischalten? Ne, ne? Ne. Ähm. Fusion brauchen wir nicht. Deck. Hier. Da muss ja die richtige Waffe ausgewählt werden. Sonst kommt es nämlich ganz übel hier. Gut. Dann gehen wir mal auf Shop und gucken wir mal das hier. Aber ich befürchte ja mit echt Geld. Ist natürlich klar. Item Shop. Item Shop. Ah. Und dann ist das die Währung. Okay. Hm. Okay. Also man kann hier sehr viel noch gucken und machen und tun. 114 habe ich. Kartenliste 114. Fertigkeitentikel 16 habe ich nur. Okay. Ja gut. Dann brauchen wir da noch nicht so lange gucken. Fertigkeit Karten beschwören. Kartenslots erweitern. Kartenslots erweitern. Kartenbank erweitern. Ausdauer. Reg. Das ist die neue und da. Okay. Mal anklicken damit das die Symbole weggehen. Sonst denke ich immer irgendwas Neues ist los. Äh ja. Dann können wir gar nicht so viel Neues machen oder irgendwas machen. Dann würde ich sagen wir trainieren hier erstmal. Gucken mal wie es dann tatsächlich mit einem anderen Schwert aussieht. Ob das auch so übel ausgeht. Weil bevor ich jetzt in die nächsten Etagen oder irgendwas gehe. Möchte ich dann doch lieber äh trainieren. Weil das war dann doch ein bisschen übel eben. Aber nur ein kleines bisschen. Super. Eine neue Karte. Juhu. Dritte Runde. Wir hauen immer noch die Beine weg. Ich bin echt gespannt beim letzten Mob ob wir wirklich mit dem Schwert besser sind. Und ich hoffe XP und sowas alles kommt jetzt erstmal genügend dass wir ein bisschen scaleen können. Nicht dass das jetzt wieder äh ewig dauern sollte oder so. Jetzt haben wir die mal kurz platt und jetzt haben wir noch die Beine. Oh ja. Gegen die läuft das eigentlich auch ganz gut schon. Ja. Noch ne Karte. Drei Karten. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ich muss mal gleich gucken äh wo ich denn mein Gil ausgeben kann. Also meine Währung. Meine eigentliche. Das hab ich eben beim Shop gar nicht gesehen gehabt. Das hab ich eben beim Shop gar nicht gesehen gehabt. Guckt euch das an. Ich bin noch nicht halb tot. Aber er ist schon fast tot. Das ist doch geil. Viel viel besser. Schockstarre. Jetzt aber los. Ja sehr schön. Geschafft. Ich bin auf jeden Fall viel besser. Rangaufstieg. Yay. Die Gil ist gar nicht mehr so schlecht. Oh EXP ist auch sehr schön. Ja. Langsam aber sicher kommen sie voran. Drei Karten. Sehr cool. Machen wir trotzdem nochmal. Ja ich weiß es ist immer dasselbe. Es ist irgendwie ein bisschen doof. Aber wir müssen trotzdem vorankommen. Ist einfach so. Oh. Das lief doch schon mal ganz gut. Oh cool. Eine Karte gekriegt. So, und dann kriegen wir die große Vieh, äh, zum Schluss wieder. Yay. Ja, nicht schlecht. Wow, super, sehr gut. Oh mein Gott, der wird wirklich immer besser. Wow, die Attacke sah cool aus. Oh, mit den riesen Eiskristallen an den Federn. Oh, tiefgefrorenes Monster. Zwar nicht lang, aber es war tiefgefroren. Und noch mal einen Schock. Und jetzt los, die letzten Schlag. Wunderbar. Wir kommen immer näher wieder. Zwei Karten, wunderbar. Sehr, sehr schön. Wir gehen jetzt einfach mal nach unten. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Jo, moin. So. Bin ich ja mal gespannt. Wow, sieht das cool aus. Ist der Hammer. Oh. Wie, würde das nochmal Tempel beschützen? Die sind ja im Tempel. Finde ich ja auch nicht so geil. Also, die würde ich nicht gerne zu Hause haben wollen. Aber die haben schon wieder ein bisschen mehr in sich. Oh, ne Karte von denen. Sehr schön. Immer her damit. Oh, noch ne Karte. Cool. Cool. Na, hol mal rum. Noch ne Karte. Ei, abgefahren. Schon drei Karten. Der Hammer. Okay, nächste Runde. Na, was kommt jetzt? Oh Gott, eigentlich nochmal so ein Riesenfiel. Uiuiuiui. Uiuiui. Oh ja, der ist schon wieder ein bisschen stärker. Ja. Auf in den Schockzustand. Schön nochmal mit nem steinernen Schwert. Oh, geil. Noch ne Karte. Vier Karten. Das ist ja der Hammer. Vier Stück. Ich glaube, ich hatte noch nie vier Stück gehabt, oder? Yes. Nochmal schön die Karte nochmal hoch auf Stufe 8 schon. Geil. Wir werden... Ja, wir... Ich muss nur mal kurz was gucken. Wie war das? Was genau bräuchte ich? Kristall... Lex. Anforderungen zur Freischaltung. Eins werden besitzt. Null. Nicht... Nicht genügend Kristall zur Verfügung. Talentfächer freischalten. Kaufen. Ein Kristall. 200... Kaufen. Okay, Freischalten. Piaung. Neuer Krieger. Neuer Job freigeschaltet. Ja. Geil. Oh mein Gott, ist das geil. Fortgeschrittener Job. Job. Neuer Krieger. Zack. Oh. Heiliger Bindern. Wie geil ist das denn? Oh, ist das abgefahren. Abgefahren sag ich euch. 800 hab ich nur noch. Oh, 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 oh. Neun Fertigkeitenkarten. Ui. Ja, ein paar. Ein paar hab ich schon wieder. Verkaufen wir aber später irgendwann mal. Ich werd jetzt nochmal meinen Krieger jetzt hier testen, weil wir dann am besten immer so gucken können, ob er besser geworden ist oder nicht. Aber halt, die Rüstung sieht doch schon mal besser aus. Geil. Ich hab nämlich jetzt auch noch über 1000 Leben schon. Das ist doch der Hammer. Okay, nächste Runde. Zack. Oh, 5, okay. Okay. Lock lief ganz gut. Geil. Okay. Na, haut schon um. Na los. Das lief noch gar nicht mal so schlecht. Ja. Spieler neue Stufe direkt mal gekriegt. Geil. Krieger Stufe 23. Mehr Leben. 20. Angriffs auf einen erhöht. Cool. Also das lief wirklich gut. Das lief wirklich gut. Das lief wirklich gut. Ja. Ja. Da bin ich mir sicher. Aber jetzt werden wir trotzdem noch mal. Ja. 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 Nehmen wir den einfach mal. Einfach nur zum trainieren, weil... Auch wenn ich jetzt ein Krieger bin, will ich trotzdem nicht so schnell fortfaschen und dann den kürzeren doch nochmal ziehen. Dann mach ich lieber ein, zwei Mal noch hier und dann... Also immer Standard beibehalten. Ah, die Rüstung ist... Also sie ist noch nicht vollständig, aber sie sieht doch schon mal viel... Naja, gut, obwohl... Das Brustteil sieht echt bescheiden aus. Aber wenn's komplett ist, das wär ja mal interessant. Also das will ich unbedingt mal sehen. Na los. Home. Home. Geil. Sehr viel geiler. Also das ist der Hammer. Meine Karten werden immer viel, viel besser und die gefallen mir richtig gut. Ich könnte jetzt natürlich noch andere Karten nehmen oder so, aber... Oha, ich find die eigentlich ganz gut so. Schockstarre. Yes. Erledigt. Okay. Oh, ganz kurz davor. Ja, machen wir nochmal eine Runde, dann hätten wir den ja dann eventuell. Nee, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Auf Wiedersehen. Downt også. Ja.